So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht es bei Minecraft Feed the Beast Infinity Evolved. Das letzte Mal haben wir hier noch ein bisschen Copper reingeschmissen in den Ofen, damit wir endlich mal unseren Metal-Former machen können. Da haben wir jetzt ein bisschen Copper gemacht für die Kabel. Das muss man kurz abwarten, dass wir hier noch ein bisschen mehr haben. Dann, das brauchen wir. Drei Eisen brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Oh, nein. Jetzt müssen wir doch noch Eisen klein machen. Oh, ich bin so froh, ob wir das automatisieren können. Ich glaube, da kommt zwar nichts raus, aber ich gehe trotzdem auch noch mal sicher. Ja, der Rest vom Copper ist immer wieder hier rein. Ganz viel brauchen wir doch nicht. Jetzt ist mein Hammer kaputt. Was hat der gekostet? Wir brauchen 24. Ähm, Hammer. Hammer. Ach, nicht Add. Äh, ja. Zwar fünf Eisen und zwei... Oh, scheiße. Fünfmal Copper noch rauslassen. Äh, Threaded Wood. Okay. Okay, dann haben wir schon wieder keine mehr. Hey, mir klärt der erste Wett schon ein Chipset. So, dann brauchen wir fünfmal Eisen. Ja, das ist komisch. Na komm. Jetzt müssen wir das Ding mal leer haben. Auf allem das mit dem Alumite ist ein bisschen scheiße. Muss ich nur gucken, wie ich das da rauskriege. Aber wahrscheinlich muss ich da einfach mal einen Tank hinstellen. Und das da rein leeren. Und das da rein leeren. Hör? Na, jetzt kommen wir schon Alumite. Äh, nicht Alumite. Alum... Aluminium Press war es genau. Machen wir auch mal alles raus. Können wir nachher wieder einschmelzen. Brämmen halt wieder ein bisschen Lava. Aber das ist ja nicht so schlimm. Lava können wir auch nachher auf dem Nether holen. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit... ...Citian abzubauen. Oh, ist das schön mit einer Truhe. Dann nehme ich... Na, fliegt's nämlich so rum. Nein! Na gut. Hier in geht's noch. Äh, das Problem ist unser Lager systemisch zu klein. Hm... Nuggets machen. Nee, ein Ingrid ist noch drin. So. Nuggets sind jetzt noch drin. Egal. Warte mit. Ach, na komm, rauseisen. Die haben nur volle Könne. Äh... Wird noch bissl dauern. Bis wir ne gescheite Energieproduktion haben. Ich brauch 10... Ne, 9 brauch ich. Äh... Ja. Passt. Wo haben wir sie denn? Ähm... Hier. Egal, wenn ich dazu viele herstelle. Äh... Metal Formables. Drei Stück. ... Um... Ich denke, die Toolboxen kommt... ... ähm... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ist der die energie sieht nicht so aus extruding rolling cutting wie geil das einzige problem was jetzt hat mir selber gebaut hat ich kann das ding jetzt wieder abbauen weil ich brauche eine range dazu branche 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 die chance dass das ding jetzt gleich kaputt geht wenn es immer noch so ist gibt es immer noch scheiße eins kurz und dann brauchen wir noch einen generator wir brauchen wieder ein fern ist das ist leichter zu machen und wir haben drei eine ae batterie tin industrial tin cable und elektro da haben wir ein bisserl was davon der ständer passt wie viel haben wir denn da davon 120 ähm eventar säubern als scheiße dass der wieder kein die energie frisst da brauchen wir den haufen eisen wisst du was ich mache jetzt eine letzte Glocke und einen hopper und jetzt als erstes hole ich das eisen voll raus äh ming gerade wie viel zwei eisen ich brauche sechs ne fünf fünf und einen hopper dann brauche ich stein redstone stick das auch passen wenn es aber scheiße ist ich muss die letzte Glocke dahin bauen eigentlich so Holz ich brauche auch noch ein bisserl Holz ach man ich will jetzt die Axt haben jetzt hopper das hat halt zuerst die Truhe bauen und dann brauche ich so eine zweite Truhe was mache ich denn eigentlich so aber okay das alte Rezept danke ähm das muss auch noch kurz weg Truhe hier hin aber hier hin dann funktioniert das bitte so auf äh jetzt haben wir nur das Zeug drin wir haben das Controller Abbot das ist jetzt natürlich Smeltery wieder leer jetzt ich habe das ich brauche Tin noch äh weg das muss hier rein vom Stein cleanstone ist das nein ist kein cleanstone da ist clean da brauche ich noch redstone und ich brauche sticks sticks ja mal dazu erstmal kurz machen so zack zack ähm was ist da draußen los ist plötzlich Tag ich brauche ich noch mal zu tun ich bin nicht ein Deppi muss ganz tiefer da ist jetzt so ein Haufen Iron mal drin nur das wird auch rauslassen äh da können wir auch noch Clayton Lever dran machen da können wir die ausschalten aussortieren weg damit ähm Alup rest immer weg ja Platz ist noch ähm das lassen wir mal da mein mobile table ich brauche mal ein Bag weg mir am Arsch der hat beide fertig gekübt äh Generator was wir dann machen schauen wir mal wir brauchen Invar genau wir brauchen jetzt noch äh Ferris sieht jemand Ferris dachte ich hätte da dachte ich hätte ein bisschen was abbaut äh ähm da brauchen wir da vier vier meistens wir brauchen noch mehr Ferris brauchen wir noch ein bisschen mehr ähm dann brauchen wir auch die andere Form aus dann brauchen wir noch äh Tin das ist das ist tin das ist tin oh 32 tin grapple und tin selber das ist silber ja kein tin wie sieht ich nicht so aus scheiße äh ein vollpfaschen hat sich verrechnet gut ein eisenmäher äh haufen invar äh schön weiße äh dann müssen wir noch ein Haufen Tin machen das würde da nicht reichen äh ach da oben ist jetzt da okay heute auch noch Pipes äh enderpalle hämmer gerade eine das brauchen wir gerade das hat keine Energie mehr und kein Liquid Glass okay wenn keine Energie drauf ist verseucht es sich alles ah scheiße da hat man es invar hier die Redstone Chips hämmern Redstone und dreimal Wood und noch ein bisschen Cobblestone Pisten ähm so jetzt brauche ich sowieso noch mehr Cobble weil ich muss ja Rest Cobble herstellen äh Cobble Rezept zwei Öfen reichen dann brauche ich Block of Coal drei Stück die haben wir nicht äh das haben wir das haben wir Block of Coal Block of Coal äh wenn keine Kohle muss ich suchen gehen so ein bisschen mehr Eisen wäre noch schön ah ja nicht so nein damit wir gehen uns zu lange in die Drohe da ist was drin da ist noch was drin da gehen wir ein bisschen Kohle suchen mischt Kackeln haben wir dabei oh ich meine die Büsche wachsen schön bleiben wir auf der Höhe halt Bf 40 das heißt das heißt dass wir jetzt auch ein bisschen anderes Zeug geben ich würde mal ein paar mal los ich würde mal ein paar mal los ich würde dann die Exchange schon drauf wenn dann wäre das Zeug hier das grand ziemlich gut aber nee haben wir nicht mal was Geranium kann man ja auch brauchen komm komm da hat man den so das sind schon mal oh das ist schön das ist ordentlich was weiter geht's ich würde mich verarschen Kohle hm ok hallo niemand da auch recht ich habe schon voll das Inventar ich kann hier keine Kohle mitnehmen yay da hat man den Tauch so ok alles meins mal wenn ich uns mit dem Zeug ein bisschen was na man gleich würde rausgehen da muss ich mal nach Taschen suchen gut ich kann das Eis nicht mitnehmen was kann man wegschmeißen nur den scheiße da gehen wir jetzt erstmal nochmal raus ah scheiß Dreck deswegen immer mit dem leeren Inventar fahren gehen ah scheiß Dreck Essen habe ich überhaupt dabei keine Ahnung keine Ahnung äh Moment ich glaube den hier könnte ich trotzdem betreiben ähm muss mir hier echt noch ein zweites Stockwerk oder irgendwas bauen so nehmen wir alles was wir gerade im Inventar hier rein das können wir gleich in den Ofen drücken nacheinander äh dann was brauchen wir da davon Rade der Schlafsack das dann wo habe ich meine Rubies hin ein paar Tourzeuge haben dabei geht's haben wir ähm da hinten sind sie mal wenigstens einen mit ich glaube da hängt sogar noch was drin ne ist gerade richtig äh dann brauchen wir mal noch ein Holz eine Holzmöglichkeit ähm ja eine Möglichkeit Holz herzustellen ähm jetzt generatet mir mal Kohle müsste jetzt so passend mit dem Inventar aber ich glaube ich gehe mal noch ein bisschen tiefer mh gehen wir mal noch ein Stück runter vielleicht haben wir schon irgendwo eine Höhle aufgemacht das haben wir keine ach da hat man ja noch ganz viel von dem Zeug Eisen da da kommt auch was zusammen mit ein bisschen Glück mehr als wir brauchen ups da ist auch noch ein bisschen alles mitnehmen brauchen zu viel bei Kohle geht es in 720 und den werden wir sicher noch mehr brauchen den ähm den generator also brauchen wir noch mehr ups hier gab's der Rest ich glaube der produziert dann 20 oder 10 auf 20 da das ganze Zeug könnten wir auch noch mitnehmen ach komm ich will Magnet Mode ich freue mich jetzt schon wieder auf den Hammer das ganze Zeug mitnehmen das ganze im Death 0 den Cobblestone würde da nichts jagen na komm das lassen wir mal da geht das Gold nicht mitnehmen kein Plan da ist schon noch das komische Zeug das ist deutlich mehr immer das Zeug mitnehmen vergesse ich immer weil ich es jetzt gerade nicht brauche und nicht immer bloß Einzug so nehmen wir brauchen ganz viel Eisen scheiße kann man ganz viel reparieren da gibt es noch da gibt es auch noch da habe ich eigentlich gar nichts abbaut Silber auch noch ein bisschen ups ah Redstone auch noch wow da kommt was zusammen und für 50 Redstone dann das Zeug müssen wir auch noch mitnehmen das brauchen wir ja für Batterien wie wir jetzt klanten woops passt das auch mal ähm ich lasse mal jetzt hier schön da mache ich alles ja mehr Kohlen genug mehr Eisen mehr Kopper und Tin haben wir nicht zu viel ich gerne hätte brauchen wir jetzt einen Generator ähm und dann probiere ich mal den Metalformer über eine andere Möglichkeit noch anschließen in der nächsten Folge mal schauen ob das dann funktioniert bing bing ähm dann jetzt Kohleblöcke drei Stück ähm dann brauchen wir das Gear das Ding die zwei und einen Piston und wir haben unseren Survival Generator fülle ich mal hier hin und jetzt holen wir die gute Kohle hier Stück mal eine rein 40 also der läuft deutlich besser als die hier obwohl die produzieren über die Strecke wahrscheinlich mehr aber das ist halt so ein richtiger Power-Schub oh man auch mehr davon ähm zack 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 uranium da rein hey kann ich fast mein Inventar wieder voll machen also Generator Hammer und dann werde ich das nächstes Mal ausprobieren ob ich die Energie über den anderen Weg hier drauf kriege aber Glocker Ejector Pulling Transformer Upgrade naja probieren wir nächste Folge von dem her vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal